Hallo, mein Name ist Philipp Gamper und ich bin der Head Coach des Diplom-Lehrgangs Event-Managements hier am Wifi in Tirol. Das Programm des Diplom-Lehrgangs Event-Management ist sehr vielseitig. Von Risikomanagement, Budgetierung, Veranstaltungsrecht, Dramaturgie, Inszenierung, Projektmanagement und viele weitere Disziplinen aus dem Umfeld des Event-Managements machen diesen Lehrgang so interessant. Noch dazu kommen Vortragende aus der Praxis und können wirklich aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen und das Ganze gepaart mit spannenden Exkursionen. Ich glaube, dieser Lehrgang ist daher sehr einzigartig. Nun, die Frage stellt sich, für wen ist dieser Lehrgang geeignet? Ich würde sagen für alle Menschen, die Spaß an Organisation haben, an einem strukturierten Arbeitsumfeld, an Improvisation, an Flexibilität und die Aufgaben sind wahnsinnig umfassend und ich glaube, draußen in der Berufswelt gibt es sehr viele Möglichkeiten, sei es klassisches Event-Management in einer Firma, sei es Experience-Management, sei es Programmierung in einem touristischen Ort und was auch immer. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diesen Lehrgang so spaßig und abenteuerlich macht. Und wie erfolgt die Leistungsbeurteilung? Ganz einfach, es gibt zwei Klausuren, einmal in der Mitte des Semesters und einmal am Ende des Kurses und dazu gibt es eine praktische Projektarbeit, die ihr am Schluss präsentieren könnt. Wie sieht diese Projektarbeit aus? Ihr bekommt ein klassisches Event-Briefing, werdet in dieser Projektarbeit auch entsprechend von einem Coach begleitet und am Schluss präsentiert ihr eure Ergebnisse, euer Event-Konzept. Ja, was gibt es mehr zu sagen als, dass ich und wir uns auf euch freuen?